Alter, das ist doch ein fetter Fisch. Guckt euch mal diesen geilen Fisch an. Ein bisschen zerhackt hinten an der Flosse. Richtig toller Fisch. Klasse Fisch. So, hier ist der Köder. Unser Blade-Bite in 21 Gramm. Als Trailer habe ich hier einen 12,5 cm Bullties. Den habe ich ein bisschen auf den Kopf gesetzt, damit er halt nicht gegen den Lauf von dem Shatterbait arbeitet. Generell nehme ich die ganz gerne auch noch mit so einem Assist-Hook. Der hängt auch mit Ast ein.